hallo liebe community und Zuschauer ich bin's wieder heute mit der Folge 111 von Elexia wir sollen ja jetzt ein Herz beschaffen dann macht mir das auch das Ding ist Ich helfe dir. Ey man, die Hangare noch nicht werfen ist echt scheiße. Die Beine habe ich erwischt. Wieso habe ich die Gasmaske ausgerüstet? Kann mir das jemand sagen? Noch ein Schluck. Ich muss hier ganz vorsichtig sein. Rennloch. Hier. Gib dir hinter die Birne und besieg das endlich. Alter. Alter. Jo, da werden jetzt die meisten Tränke drauf gehen, schätze ich mal. Hä? Alter. Ey, das kann doch gar nicht angehen hier. So, der nächste ist gefallen. Stirbst du jetzt? Bitte? Das ist so lieb. Wie du es für mich tust. Das ist so lieb. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Wo ist denn hier noch was? Alter. Wo steckt die's aus? warst du das ganze zeit adora ja Was ist mit der Zell? Okay, hier ist soweit nichts mehr. Ja, ein Verschmitte Zettel. warte unten kann man das auch das hier ist unser stoff verstanden also besorgt ihr was anderes man das zeug ist so gut ihr trottel nicht ab unsere freunde braucht ihr liegt mehr alles klar mann dann hätte man das ja auch hatten ja auch schon ich glaube das waren die folge da hat mir hier auch schon einiges bombardiert dann kann ich mich noch erinnern erstmal schnell speichern fortsetzen und damit ich mich mal hier hin teleportieren und dann hier damit kann gehen ja damit ich den teleporter freischalte also heute machen wir mal ein bisschen wieder wie soll man sagen auf erkundungstour ich will noch mal gleich mit wei quatschen und ja hier hast du deine letzte zutat eine offenbarung das ist es das ist die perfektion wie auch immer wegen deines festmals da du jetzt alle zutaten beisammen hast solltest du wissen dass ich kein Interesse habe daran teilzunehmen bist du sicher ja ich könnte dir zumindest ein Proviant Paket zusammenstellen mh ne eher springe ich in den schlund eines ausgewachsenen unholz na schön wie du meinst wie du meinst du weißt ja wo ich bin also ich hab noch zu tun großartig mag dich nicht aufgrund deiner für mich schwer nachvollziehbaren taten der letzten zeit sehe ich mich gezwungen über alternative allianzen nachzudenken ich schaue mir die sache noch eine zeit lang an aber rechne damit dass ich dich bald verlasse wenn es so bleibt Statusbericht undefinierbarer Zustand vermutlich Übermüdung dann machen wir mal so folgendes wie machen wir das anders äh wie macht man das jetzt am besten äh Spielstand an wir laden das dann nochmal neu dann macht er mir einfach ein Paket fertig damit wir den hier haben zur sicherheit ich hoffe das wird Dora's nicht abschrecken ich hab ne Idee ok ich brauche dich nicht mehr geh ins lager ok hier hast du deine eine offen wie auch wegen deines ja da du jetzt alle zu bist du se ja ja ich könnte hm na schön oh du weißt ja wo ich bin so Statusbericht kein Grund zur Beanstandung so er bleibt bei uns das ist das ist super das ist auch super die Drohung ich will mit Weh reden wenn ich mal den finden würde das ist auch alles noch dran auf jeden Fall wie steht es um deine Kampfkraft große Krieger mitkommen ja bemerkenswertes Land ich will ihn haben so ich muss jetzt mal was gucken ja dann reise ich von da aus nach da ja dann mache ich das so gut das ist gut denn man das ist nicht mehr muß das ist eine dreidee für Sie das ist eine grande gewert hmm so vielleicht gehe ich auch da rein das wär's weil das hat mir auch noch das zur kunden ging auch nicht richtig war eben einmal die da ist ja auch noch ein schatz glaube wir machen das als nächstes die zeit haben wir ja noch ja ich hasse mich Ich speichere hier erstmal ab. Mal gucken ob das hinlaut. Das war Nummer eins. Dann mach es glatt. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Na und du bist jetzt auch noch dran. Haben wir hier nicht auf dem alten Foto? Da muss ich mir das nochmal kurz angucken. Ich weiß nicht mal welches Foto das war. Ach ne, das war das falsche. Aber da ist das Bild. Ich gehe erstmal hier lang. Mal gucken was ich hier so finde. Ich war ja hier schon mal drin. Da konnte ich noch nicht viel ausrichten. Ich helfe dir! Ja. Oh Ich helfe dir Ich habe meine Munition hier Oh Ich habe meine Munition hier Oh 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 Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Yep. Stimmt. Die Dora habe ich leer gemacht, das weiß ich noch. Und dann kam ich hier nicht weiter, weil dieses ganze Giftgasgelumpe war. Stimmt, da war ja was. Und hier? Ja. So. Wir gucken mal, ob man dieses Gebäude kann. Fahrlos. Aber scheint so. Hier werden Helden geboren. What the fuck? Was ist denn da los? Dich hole ich mir. Dich hole ich mir. Dich hilft, Dich ping-pink. Doh. Dich hole ich mich. Du hast ein falscher Shot von dir und wir, ein falscher Shot von mir und wir waren Hubs gewesen. Oh, das ist klar. Ich muss noch in dieses Gebäude. Ein Moment. Ich weiß. Da bin ich auch damit diese Folge und sag wie immer. Zack, gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Geh mal die Kuh. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal, lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockgut, ciao, bis zum nächsten Mal.